Hier kommt der neue Spielplatz hin und das hat ja der Bürgermeister organisiert, weil hier war ja alles kaputt. War ja leider von den Jugendlichen, die dann Alkohol getrunken haben und hier alles kaputt gemacht haben. Da hinten ist das weiße Haus von Washington. Ich sag mal nix dazu. Und ja, sie sind hier am Bauen, das ist alles abgesperrt, ist ja klar, darf keiner rauf. Und ja, mal gucken wie es weitergeht, mal sehen wie lange der hält. Bin ich ja echt mal gespannt bei den Räumen gegnen. Ich denke mal nicht, dass der lange hält bei den ganzen Alkoholikern. Also ja, da hinten wohnt, ist unsere Schule. Das ist jetzt praktisch direkt an der Schule hier, dieser Spielplatz. Der Spielplatz ist hübsch auch. Ja, den haben sie hübsch gemacht, ne. Und wie gesagt, vorher haben die da alles rebelliert, aber die müssen auch aufpassen, hier sind Erdwespen oder erst Erdbienen, ne. Also man sieht, es ist alles im Kommen und im Tun hier, aber es ist eben abgesperrt, darf keiner rauf. Ja, da hinten wohnt noch unser alter Sportlehrer. Ich sag jetzt keine Namen. Die wohnen da, die wohnen immer noch da. Ja, so ist es. Naja, mal sehen wie lange alles steht. Sie tun ja schon ein bisschen was für die Kinder, aber sie könnten noch ein bisschen mehr tun. Ja, da hinten wohnt. Ja, da hinten wohnt. Ja, da hinten wohnt. Ja, da hinten wohnt.